Wir wollen, dass ihr uns vertraut Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt Wir wollen eure Pickaxe sehen Wir wollen den Lover untergehen Das war knapp Na, ich geh da nicht ran Soll ich ein Bookshelf, na toll Schau lieber mal nach, wo hier bloß da oben ist Buch noch mal, Paper und Leder Leder rein Ja, Kloster hatte ich da Ja, ja, ich will halt mal abbauen Das ist irgendwie so 18 So schlecht 23 23 Ach so, ja 4 Das und ich brauche noch Gold, ja, das hat er genau hin Gold haben wir da Ach ne, ich brauche mehr, oder? Brauche ich mehr von den Dingen? Brauche ich noch ein Gold und dann die Bücher 2 3 4 Ja, sag ich 4 von denen Ja, das reicht halt nicht, Michi Ich brauche halt 8 Ich brauche 8 von den Dingen Das wird schon wieder Hm? Was hast du denn da die ganze Zeit? Ja nix, ich brauche viel mehr Bücher und Zeug und Gelump Was hat man da jetzt vorhin? Hm Nochmal 16, ne? Nochmal 16 Ach so, hier hat man sogar noch was drin Und dann brauche ich noch mal Bücherregale Und dann können wir jetzt mal alle 30 Wenn wir Müströf machen, brauche ich glaube ich auch wieder Bücher, glaube ich Aber das sind dann wieder andere So, jetzt haben wir hier Bücher Jetzt brauche ich wieder Level holen Ohohoho, hier wird's jetzt schon langsam Ja, hier wird's jetzt schon langsam eng mit den Leveln Scheiße, was kommst du in? Sterben diese Fledermäusen? Kommt da ist da noch was drin? Hm? Ne, die kannst du schon Ach, da ist noch einer Da ist noch ein Tank Wie sterben die, wie man sagt? Irgendwann schon So schnell weg Ja, die halten nicht viel aus Die sind zwar unangenehm, weil die halt so rumflippen immer Aber manchmal reicht meistens eigentlich ein, ich denke jetzt hier So, jetzt geht's wieder los mit den Büchern, ich werde wahnsinnig Ich bin mir gar nicht sicher, war das damals auch schon mit den Büchern so komisch? Also das, was ich jetzt hier gerade mache, das kommt mir irgendwie nicht bekannt vor Und es nervt auch Wo man Berge von Büchern verzaubern muss Ach ne, wir hatten verzauberte Bücher, deswegen und die haben wir da reingestopft, wie blöd Deswegen war das wurscht Wir hatten ja ewig Okay Also die query geht auch nach oben Okay, 14, 15, 16, 16, geht auch nach oben, okay. Das ist schon praktisch, weil dann kannst du die auch unter die Glowsroom-Dinger packen und da einfach mal was wegbuddeln. So, dann können wir nochmal Bücherregale bauen. Und nochmal Holz. Das ist jetzt wieder das Falsche, ich werde wahnsinnig. Was machst du denn da? Naja, Bookshelf halt. Wenn man da das falsche Holz nimmt, dann funktioniert es halt nicht. Das ist doch immer der Schmarrn hier, dass man hier mit Oakwood dann rumtun muss. Ich habe Berge von dem anderen Holz. Warum hat der denn da oben jetzt einen Block ausgetauscht? Der Rest nicht. Rrrr. Hm? Ja. Dann löst du es hier mal, okay. Ja, eben. Das ist so ein Schmarrn, echt. Ich packe mal die Bücher mal rein, dann gibt es mal wieder ein bisschen Platz. Bei den Bücherregalen, wenn du das falsche Holz nimmst. Ja. Ja, kriegst du auch ein Bookshelf-Dings. Aber es nützt halt nichts, wenn du bei der Bücher hast, nicht zwei scheiße Bücher. Dann haut es halt nicht hin. Weißt du? Nee, nicht so wirklich. Eigentlich konntest du da jedes Bücherregale rein. Nee, eben nicht. Eben nicht. Aber der Chief hat es glaube ich gemerkt. Weil er fragt dich doch, ob ich da... Ja, Magical Wood, das sagt mir schon auch noch was. So, jetzt haben wir sieben. Hm, jetzt macht er erstmal nur unten den Boden. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob er das Land nicht wegkommt. Da fehlt mir jetzt echt immer noch eins. Bitte? Ich bin mir noch nicht sicher, ob er nach oben geht. Er hat über mir einen einzigen Erdblock, aber den Rest noch nicht. Ja, du hast gesagt, er geht nach oben. Ich bin, also... Keine Ahnung. Ich fragst wie viel. Okay. Das heißt, jetzt haben wir die Dinger schon mal. Eye of Ender... Aber da hatten wir glaube ich welche. Da habe ich da noch keine gebaut. Diese Pyrokeeper sind glaube ich recht übel, oder? Ja, die hatten schon ein bisschen mehr Bums. Aber die sterben zum Glück mit einem Pfeil. Hm? Ja, das kann sein. Gibt es schon so? Ah ja, okay, jetzt haben wir noch einen Ender-Core. Da brauchen wir noch einen. Das heißt, ich brauche jetzt das. Das ist Obsidian und Ender-Perle. Obsidian haben wir hier. Ender-Perle haben wir da. Ender-Perle hast du ja gesagt, hast du auch noch welche, ne? Hm. So. Okay, da werde ich vielleicht dann mal... Das ist ein Eye of Ender. Das war Ender-Perle und Blaze-Powder. Blaze-Powder haben wir... Ach, das haben wir gar nicht so in der... Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. So, jetzt haben wir die beiden Dinger. Seppling ist auch nicht das Problem. Das kann man eigentlich schon mal irgendwo hinpacken. Dann müssen wir hier hin. Dann machen wir gleich mal die Diamantschitzacke. Dann haben wir die auch. 1, 2, 3. So. Getting an Upgrade. So. Seppling, glaube ich, haben wir unten auch noch jede Menge. Jetzt brauchen wir nochmal 2 in den Fused Obsidian. Zack, zack, zack. Das war, glaube ich, so. Bei den Zaplings war es da egal, was man nimmt. Also, ich habe einfach Eiche genommen, das. Naja, Eiche. Ja, ich habe 3 Barrels. Upgradet. Echt? Echt? Nee, Zaplings habe ich nicht wirklich viele. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich habe Oak, ich habe... So, also nur das in der Mitte. Dieses Wood, dieses... Oh, Gott, wer entquarzt. Hat was weg? Vier. Vier. Hey, eine Golden Horse Armor. Okay. Okay, wir haben ein bisschen Fused Quarz. Wir haben es ja. Dann muss man da den Ofen... Nee, brauchen wir da den normalen Ofen dann? Was? Wie hast du diesen Burnt Quarz hergestellt, dann im normalen Ofen? Ich habe da... Oder muss man hier... Da kann man auch anderes Zeug rein tun. Hm? Da kann doch auch was anderes rein, oder nicht? Nein, Mama, man braucht ja diesen Burnt Quarz. Aber wenn ich den einfach nur so ins Ding reinpacke... Redstone Furnace... Eloy Smelter... Äh, Eloy Smelter... Da muss der halt auf... Ach, das war richtig. Der muss den in den normalen Furnace, nicht in den Eloy Smelter. Der Eloy Smelter hat da was anderes draus gemacht. Ja, aber er sagt hier, Eloy Smelter geht auch. Ja, dann tu ihn rein, aber... Ja, nee, geht ja nicht. Das war ja auch mein Problem. Aber der sagt hier, Block of Quarz kommt... Ja, was heißt normalen? Ich habe keinen normalen Furnace, muss ich jetzt echt... Ja, ich habe einen stehen, direkt gegenüber vom Portal. Satinier Satchel. Die hast du doch hier alle drin gelassen. 5700. So ein Schmarrn. Vor allem der sagt halt auch noch ein Rezept, dass das so funktioniert. Ja, ja, aber der macht da was komplett anderes draus, ne? Der macht das, so sagen, kaputt. Ne, der macht das Glas halt draus. Ich meine, das... Richtig, der macht das Glas draus, ne? Das ist nicht schlimm, ne? Das braucht man ja auch hin und wieder, aber... Ja, schon war nervig. Dann muss ich nochmal diese Pumpe bauen. Dann brauche ich Lava-Buckets. Was jetzt? Ah, ja, okay. Oh, backt. Klausel Diamanten. Wievon den haben wir noch, okay. So, sehr gut. Pumpe. Da wollen wir nochmal 4, also 8. Einen Hammer bringt uns natürlich wieder, gerade nix. So, die Enderperlen gehen hier auch zur Neige. Und da haben wir noch ein Ei auf Ende und das war ne Iron Pickaxe. Da hatte ich ja vielleicht irgendwo noch eine rumfliegen. Ja, genau. So. Wassereimer. Lava. Eimer, 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 Eimer. So. Ach, ich will das dunkel. Oh, da hat man jetzt nix was rein. Ja, ich, ähm, das dachte ich auch mit dem, mit dem, äh, weil er meinte, man muss den Einstellungen im Alice-Melter ändern. Ja, aber auf was? Alice-Only. Furnace. Ach, Furnace-Only gab's noch. Ja, klar, Furnace. Und dann geht's. Ach, schmarrn. Ja, ich hatte, ich hatte irgendwie, ich dachte, das sind nur zwei Einstellungen. Alice-Only und, ähm, Alice-Melting irgendwie. Ja, das ist natürlich richtig, das hätte man natürlich auch machen können. Ja, wahrscheinlich sogar schneller geklappt. Ja, und jetzt ist es nicht so viel Glas. Ja, ne, du, das Glas ist, das ist nicht so das Problem. Ja, das war, das war ja auch noch zweimal. Ja, das war ja zweimal Lava. Das würde ich am besten hier und da. Hm? Wo willst du hin, Michi? Ich roll mal so durch die Gegend. gibt es hier noch irgendwo Lava nicht mehr viel ja bei mir die Treppe runter auf halbem Weg nach unten ist es Lava wie die Treppe runter hier oben bei deiner bei deiner Dings kann ich mehr Lava klauen ja einfach die Treppe runter die ist voll gestopft mit Viechern wobei könnte natürlich jetzt auch einfach noch ein bisschen hier Hexen rumlaufen oh das wird ein schönes Massaker naja mit der Fackel vielleicht nicht so ja wäre ich jetzt nicht voll würde ich hier Berge von Pfeilen einsammeln übrigens kriege ich ein bisschen XP aber haben wir irgendwelchen Schmarrn aber hier war doch auch überall Lava das gibt es ja nicht ist das alles ja da haben wir doch Lava was hat er jetzt da reingeworfen ja wenn du voll bist und sammelst Lava auf und hast noch einmal in der Hand einen zweiten was macht er dann mit dem vollen Lava Eimer ich kippte aus ne er schmeißt ihn weg und wo schmeißt er ihn hin in die Lava weil du die gerade geguckt hast was ist denn hier für ein Viech was bist denn äh was war denn das Koala Bär oder was ich dachte jetzt gerade hier ist ein Spieler drauf ok krass ja super jetzt soll ich natürlich jetzt gehöre ich nur mit einem Lava einmal zurück hilft sich nix kommt ja nochmal runter ist auch einfach zu spät tauschen oh ich komm die Leiter nicht mehr hoch ähm na ja jetzt soll man vielleicht was essen achso Chatpack hätte ich ja auch noch eins was ich nochmal pimpen die nächste Stufe pimpen wollte so 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 eine Pumpe haben wir so jetzt bauen wir halt noch alle so jetzt brauchen wir dafür alles noch wir brauchen noch mal ein Ei auf Ende das lassen wir den Schmarrn da weg so da 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 ja Bookshelf super jetzt kann man alles weg hm 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 da müssen wir nochmal ich glaub die brauchen wir jetzt nicht mehr dann mach ich jetzt hier nochmal ein Dings so so verändern brauchen wir noch einmal Lava da reicht dann aber ein Eimer und Diamant Diamant so achso achso nochmal eine Eisenspitzhacke ne wenn wir da jetzt hab ich die Sticks äh jetzt hab ich noch zwei mal eigentlich aufheben kann 1 2 1 3 3 das kann man ja weg so ich bin der Quarry ganz nah michi oh das wird ja langsam was ja 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 und dann kann die andere endlich mal wieder weg die Apple Curry die Apple Curry ja ja gut ja ne die Dings wie gesagt die die ist halt ein bisschen nervig das haben wir durch das halt an welch ist ja super ne weil ich weil ich ja ähm Dings dann ich bin ja schon so weit weg dass ich jetzt ähm ja dann schon den Junkloader den jetzt woanders hinstellen müsste die braucht keinen die braucht keinen ja eben die braucht keinen und deswegen ähm freu ich mich ja drauf weil momentan hab ich ja nur die ja die Endermarke muss ich noch machen das ist richtig aber die brauchen ein bisschen ach schnell die hätte ich ja vorhin eigentlich schon mal reinstecken können nein wobei mich die irgendwie so ein bisschen mit dem Aufbauen finde ich das mit dem Redstone und so schon cooler oder kann man da konntest hast du das ausprobiert oder konntest du Redstone daneben packen ne ne das geht bei denen nicht äh was Redstone Endermarker und Redstone damit man sieht wo die Linie lang geht ach so äh hab ich nicht gemacht ne naja aber wenn jetzt du kannst ja da riesengroße Dinger machen ja ja Ender-Curry ja und dann ist halt blöd ja weil dann dann grenzt der und dann dann musst du oh ja hier noch ein Block nach links ah ne geht nicht ja noch eine